So, heiter geht es weiter. Evil Within, klassischer Modus, fünfter Teil. Wir sind bei dem netten Kollegen und da habe ich jetzt mal gespeichert. Jetzt habe ich nur noch dreimal speichern übrig. Das Spiel speichert er selber überhaupt nicht und man darf es selber speichern, aber nur an solchen Geräten und aber höchstens insgesamt sieben mal. Und vier mal habe ich schon, dreimal habe ich noch. Und weil jetzt kommt dann der Theater, Boss Fight, Kapitel 8, die Premiere und das kann böse ausgehen, auch mit Trainer. Ich spiele mit Trainer, aber es kann auch mit Trainer böse enden. Und deswegen gehen wir jetzt da, also jetzt gehen wir rein. Oh nee, was ist es jetzt wieder? Wo ist es denn? Wo ist denn das Theater? Ja, der soll ich jetzt hinten rumgehen? Das ist halbwegs wurscht. Wo ist denn? Lampe? Oh komm, ich kenne mich wieder gar nicht aus, nee. Das ist die Lampe. So, jetzt gehen wir hinten rum ins Theater rein, damit wir nicht nach vorne irgendwo der komischen Tante über den Weg laufen. Da müssen wir rein, da müssen wir rein. Äh, geh rüber. Da ist übrigens ein Leichenschlüssel. Wisst ihr? Hoppla. Ja, falls es einen interessiert. Da sind die Kollegen alle. Witzig. Da ist der Ding da. Sehr schön. Und da müssen wir jetzt rein. Äh, einfach mal reingehen. Gut, einfach rein. In die gute Stube. Warte. Äh, Moment. Darum. Da rein. Äh, peng. Geh rein, Mensch. So. Äh. Ja, er muss hier irgendwo sein. Ja, Kapitel 8. So, jetzt geht Kapitel 8 los. Gut. Jetzt müssen wir raufgehen. Und dann müssen wir wieder runter und da rein, oder? Aber erst müssen wir rauf, oder? Weil sie keine Fantasie hatten. Eih, dass sie keine Königs machen. Sie wollen mich kontrollieren, mich manipulieren. Und sie wollen nicht aufmachen. Das glaube ich, müssen wir jetzt machen, oder? So, halt, überspringen. So, und jetzt müssen wir da rein. Oder? Und jetzt kommt der Idiot wieder. So, überspringen. Äh, hm? Ne. Ach, jetzt bin ich. Ach, jetzt bin ich. Achso, bin ich erst wieder in der Matrix. Komm. Tolles Spiel. Ja, wenn du meinst, Kollege, müssen wir da hin. So, dann gehen wir weiter da hin. Äh, hm. Ja. Ah ja, genau. Jetzt sind wir in... Oh, das ist das Happige. Genau, weil da ist das Auge. Und da nützt einem der Trainer auch nix, Freunde. So, jetzt warte. Äh, äh, jetzt müssen wir da runter. So, und jetzt müssen wir, warte, 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 warte ist es, oder? Verstecken. Au, 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 au. Und da nützt einem auch kein Trainer. Dank dem Drecksauge. Oh, scheiße. Ne, so rum. Licht aus. Das da ist. So, jetzt ist wir warten, bis das Auge weg ist. Wenn wir das mal irgendwie... Da muss man halt jetzt aufpassen. Nutzt einem auch kein Trainer. Kann man jetzt gleich, warte. Ah, nee. Verstecken. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig. Wir müssen da rüber. Da hinten ist auch noch so eine Statue, aber die interessiert uns jetzt nicht. Wenn wir jetzt kommen, dann da jetzt warte. Jetzt muss er warten, bis er wieder weg geht, oder? Mhm. So, jetzt warte. Jetzt geht er wieder weg, oder? Wahrscheinlich. Jetzt können wir da hin, oder? Oder? Jetzt müssen wir vorsichtshalber wieder ein bisschen warten. Dann müssen wir da runter, oder? Warte, wie gehen wir denn? Kann man jetzt runter, oder muss ich warten, bis der... Komm, jetzt gehen wir da runter. So, jetzt gehe ich da hin, oder? Jetzt müssen wir da wieder warten, und dann dahinter, oder? Jetzt warte ich, bis er nach links geht, oder? Und da rechts irgendwo ist noch die Statue, aber die lassen wir... Warte, 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 warte. Lassen wir jetzt. Schenkt man... Schenkt man sich... Hm. Äh... Kann ich... Jetzt nur, äh... Ja, oder? Deckung. Jetzt warten wir lieber mal ein bisschen. Wenn ein der sieht, ist Ende. Auch mit Trainer. Nutzt ein der Trainer nichts mehr. Äh... So, jetzt warte, wenn er nach links geht. Das kann man irgendwie ein bisschen schlecht abschätzen. Jetzt gehen wir da rüber. Gehen wir gleich da hin. Ah! Ne. Höhe! Gerade noch, oder wie? Und... Wir müssen... Da hinten... Irgendwo runter, oder? Warte. Äh... 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 Müssen wir da runter? Da... Ah... 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 Nehmen... Sicherung. Jetzt müssen wir wieder warten, oder? Mhm... Spannend... Müssen wir da runter, oder? Warte... Jetzt da runter, oder? Komm... Ah... So... Und jetzt müssen wir da unter das Ding drunter, oder? Und dann da hinten, ja. So... Ah, ne! Wie lange bleibt denn der? Nein... Jetzt müssen wir da unter das Ding drunter, oder? Ah, ne! Äh... Bitte... Ne, der bleibt da. Warte, wie lange bleibt denn der da? Ah, komm! Wir müssen da runter, oder? Da runter jetzt, oder? Und dann dahinter, oder? Komm... Äh... Und dann da Deckung, oder? Da Deckung... Ist das Deckung? Äh... Ah... 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 Jetzt, komm! Jetzt geh da rein! Und jetzt... Jetzt komm, jetzt geh ich da raus! Komm, jetzt mach ich nicht mehr! Ah, der Deckung! Oder Deckung? Mach mir mal Spaßes... Ah... Ah... Ne, jetzt bin ich tot, oder? Oder? Ne... Hab ich's jetzt grad noch geschafft? Ah... 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 Aber jetzt kommt der... Und der flauschige dritte Bossfight! Okay, wo zum Teufel ist der hin? Ähm... Nämlich gegen den Idioten, jetzt warte... Aber da kann man jetzt wenigstens mitdrehen... Da haben wir einen Spiegel, der nutzt ja nix, weil... Ähm... Auweia, wo muss ich denn jetzt hin? Da rein, oder? Jetzt kommt wieder die... Tante, oder? Die komplette Aktion ihrer Kräfte! Die Unterwerfung ihres Willens! Das wird Kunst! In jeglicher Hinsicht! Ne, 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 ne... Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche sie... Ach, jetzt kommen wir erst ins... Ja, da, oder? Das werden wir ja sehen! Genau, jetzt sind wir da rein, oder? So, jetzt gehen wir da rein, oder? Genau! Ähm... Mhm... Da brauchen wir nix mehr, gerne! Jetzt gehen wir da rein! Ding! Äh... Überspringen... Das will keiner! Ah ja, genau! Oh, warte! Ja, ja! Ähm... Jetzt... Jetzt wird's schwierig! Genau! Jetzt wird's ein bisschen hoppig, weil der ist dauernd unsichtbar! Ja... Ähm... Sich vor etwas zu verstecken, dass du nicht ziehst! Du kannst mich besiegen! Ja... Ja... Ah, jetzt ist's... Zeitlupe! Zeitlupe! Wo ist das? Zeitlupe! Zeitlupe! Ah! 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 Jetzt brauchen wir natürlich viel Gesundheit! Wieso bin ich denn jetzt in der Zeitlupe? Weiß keiner! Ist auch wirscht! Ja, schauen wir mal! Äh... Ja, das hast du jetzt gut bemerkt! Ah! Wenn man die Kamera trifft, dann gibt's Zeitlupe! Böse! 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 Bin jetzt nie! Äh... Kann... Bisschen... Böse! 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 Ja, dauert hier! ja ich ziehe mit dem drecks gamepad da ist natürlich wenn wir das jetzt hier noch schaffen könnten jetzt nicht sorg 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 haben wir jetzt noch mal jetzt kommt der nächste monster oder die phase 3 jetzt von phase 30 ja das habe ich auch schon ja ich weiß ich werde zehnmal tut hauptsache ich schaffte es ja wo ist ja du kannst mich auch verstecken komm ich hab den schon paumal ja das ist hier natürlich eine hauptige stelle wo ist wieder fertig bin ist an ihr nicht es kommt oder Ja, oder? Ah, bitte. Kann noch ein bisschen dauern. Ja, wenn das dämlich geht. Ah, jetzt sind die Dinger, jetzt warte mal. Ah, ne. Ja, toll. Äh, muss ich, ich muss auch nicht auf die Dinger schießen, oder? Ja. Jetzt haben wir doch einmal, auch, kommt. Ja, kann, kann ein bisschen dauern. Ich muss auch nicht auf die Dinger schießen, oder? Nee. Ah, jetzt haben wir aber so ein Ding. So ein Ding. Weg. Haben wir doch so ein Ding. Entschuldige, ja, ist so ein Scheißspiel. Äh, jetzt kommt der andere wieder. Kann ein bisschen noch dauern. Wo ist er denn? Ah, muss ich aber nicht wieder auf das Ding schießen? Oh, bitte. Ich will das heute noch fertig kriegen. Muss ich aber nicht auf das Ding schießen. Ich will das jetzt nicht auf das Ding schießen. Ja. Ja. Komm, ein bisschen. Komm, ein bisschen dauern. Äh. Äh, jetzt ist er aber so ein Ding wieder weg, oder? Jetzt habe ich ihn doch wieder einmal erwischt. Jetzt auch kommen. Äh, nee. Ja, kann drei Jahre dauern. Ja, jetzt habe ich keine. Ja, jetzt kommen die anderen wieder. Gut, kann man Kaffee trinken auch mal. Äh, ja, jetzt kommt der Schattenhund, oder? Äh, jetzt kommt der Schattenhund, oder? Äh, jetzt kommt der Schattenhund. Äh, Entschuldigung. Äh, und da hinten ist hier, äh, kommt ein Treff, den nicht. Oh, meine Fresse. Jetzt hat man, oder? Ah, nee. Gut. Jetzt kommt Nummer 9. Äh, Bossfight. So, jetzt geht es dir weg, oder? Na, aber wir, also mit Trainer. Ja, jetzt. Weck's Gamepad rum, Böttsch. Ja, die. So, jetzt sind wir, jetzt müssen wir wieder rausgehen, oder? Was ist das, oder? Alles klar. Das wir hier nochmal ein paar Meter machen. Äh, so, jetzt sind wir wieder da. Ähm. Gesammelt haben wir nix. Doch, die Wackelkopffigur, siehst du, äh, 9, Kapitel 9. Ein anderes Übel, jetzt sind wir wieder da. Müssen wir da rausgehen. Genau, jetzt ist da hinten auch das Ding. Müssen wir da reingehen. Wo ist der Spiegel? Mhm. Spiegel ein Spiegel, klein. Jetzt sind wir in Kapitel 9. Ein anderes Übel. Ah, jetzt sind wir in der, ähm, im Blutsee, oder? Komm. Blutsee, oder? Nee. Warte, ein anderes Übel. Ach, äh, der Ding. Wo bin ich denn jetzt? Äh, jetzt sind wir hier. Ja, muss man da raus, oder? Muss man da raus? Ja, nee, Cutter. Äh, das ist mir, äh, ich bin hier. Machen wir noch zwei, drei Meter? Ich, zehn Minuten. Zehn Minuten haben wir noch, oder? Äh, wer? Geht's da auch? Was war das? Äh, uh, hey, hey, hey. Da geht's. Irgendwo. Irgendwo geht's raus. Man kann auch noch ein paar Sachen sammeln hier, glaube ich. Wir müssen im Wesentlichen, glaube ich, irgendwo... Äh, zu dem... Da kommt jetzt das Drehrätsel, oder? So, jetzt gehen wir da raus. Genau da. Schieht gut aus. Ähm. Aha. Wow, man hört schon die anderen. So, jetzt gehen wir da rein. Jetzt müssen wir im Wesentlichen hinten rausgucken, oder? Oder? Ah, warte, nee, wir brauchen den Hebel. Ah, genau. Äh. Genau, wir brauchen hier die Kurbel. Erstmal. Kurbel, gell? Die ist rechts, von hier aus gesehen rechts. Zum Drehen brauche ich eine Kurbel. Zum Drehen brauche ich eine Kurbel. Die ist rechts hinten, nirgendwo. Ach, da, das kommt doch schon wieder. Kann man auch in den Fuß schiessen. Die ist da hinten, nirgendwo. Warte. Nee, da. Da ist die Kurbel, nirgendwo. Und dann kommen alle raus, genau. Jetzt sind wir die Kurbel, nirgendwo. Kommen alle raus, oder? Wo ist denn die Kurbel? Da drüben, oder? Da ist die Kurbel. Das ist die Kurbel, oder? Nimm's halt, Mensch. Das machen wir jetzt noch, oder? Jetzt kommen alle. Kurbel. Kurbel erhalten. Kurbel erhalten. So, jetzt müssen wir zurück und kurbeln. Was gewisse Probleme beinhaltet. So. Dann kommt bestimmt noch... Ah, oh, 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 oh. Oh, einer. Ich habe hier auch immer versucht, das um die Ecke anschleichender legen, diese Errungenschaft. Ich kriege die nicht hin. So, jetzt kommt eine... Ach, die kommt. Und dann kommt die. Ich kriege es nicht hin. Kann ich jetzt kurbeln? Nee. Ah, jetzt kommt einer. Peng, 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 peng. Das nehmen wir dreimal, oder? Au! Jetzt kommt einer. Oh, oh. Ach, Chrom. Mensch, die stören mich hier beim kurbeln. Die Böse. Stört mich hier beim kurbeln. Da ist noch einer. Da, oder? Nicht mehr. Na gut, jetzt wollen wir mal in Ruhe kurbeln. Das machen wir jetzt noch. Komm, ja, kurbel halt, Mensch. So, dreimal, oder? So, und jetzt kommen wir... Nee, viermal. Äh, peng. Das schenken wir. Jetzt gehen wir da rein. Oder? Immer gerade aus. Jetzt, glaube ich, kommt das Dreh-Rätsel, oder? Einfach mal raus, hier, oder? Einfach mal da durch. Einfach mal da durch. Hm. Ja, wir sind im Kapitel... ...ort 9 noch, oder? So. Okay. Du musst jetzt hin kommen. Äh, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt da durchkommen. So, jetzt gehen wir da raus, oder? Peng. Jetzt gehen wir da weiter. Gut. Ah ja, jetzt kommt das Ding noch. Kommt, da steht da wieder so ein Idiot. Prima. Äh. Rumpelt. Ding. Hahahaha. Wo? So. Bildschirm ist verkehrt rum. Ähm. Ah ja, jetzt kommt... Jetzt kommt hier Therapiesitzung. Äh, bei Two and a Half Men. Also, das ist der Charlie Harper. Und der ist jetzt bei der Tante da in der Therapie. Nee, die Therapietante. Tete. Therapie. Kann man das jetzt nicht überspringen? Ah, bitte. Ah, nee. Das machen wir jetzt noch. Ähm. Ja, als wenn mir das wurscht wär. Jetzt müssen wir da hin gehen. Patsch, 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 patsch. Sie können mich mal. Achso, sie können. Ah, da. Ja, können verlachen. Ist das? Ja, nein. Irgendwas. Bang. Schickes Spiel. Muss man schon mal sagen. Jetzt kommt eine Hand raus, oder? Ah, ich habe ja, wie ich das weiß. Holla. Ah, der Terminator. Arnold. Bang. So, jetzt. Das machen wir jetzt noch schnell fertig. Jetzt gehen wir schnell. So, jetzt. Äh, 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 äh. Grüße. Komm her. Ja, den Bärwin mal schießen würde der. Ist noch einer. Bin ich da angekettet, oder wie? Ich komme nicht weg. Jetzt komme ich weg. Nee. Immer noch nicht. Jetzt geht's da um weiter. Ah, komm, Mach halt. Jetzt geht's weiter. Jetzt muss ich da hinten rein, oder? Ah, büte. Jetzt geht's da hinten. Warte, jetzt muss ich da was nehmen, oder? Gut. Können wir warten. Kopfweh. Sehr schön. Mach halt einfach halt. Da geht's ganz, oder? So, jetzt gehen wir da raus. Schicke Kerzenleuchter schon hier. Ganz schicke. Runter klettern. Kletter. Nein. Da geht er nicht. Aha. Oh, Spiegelein brauchen wir nicht. Jetzt kommt das Drehrätsel. Da oben ist eine Statue. Warte, Leichenschlüssel. Da, da oben ist die Leichenschlüssel. Leichenschlüssel, irgendwas. Und wir müssen die Combination einstellen. Das machen wir jetzt noch. Wenn, steht ja auf meiner Lösung, laraweb.de. So, das machen wir jetzt. Dreimal darf ich noch speichern, gell? Aber so ziemlich das Schlimmste haben wir jetzt schon weg. Dieser Bossfight. Warte. Drehsweiter, Drehscheibe. Zweites Rad von links. Zweites Rad von links. Zweites Rad. Moment. Zweites Rad von links. Zweimal rechts. Zweimal rechts. Einmal. Zweimal. Rechts. So. Dann drittes Rad. Wahrscheinlich. Drittes Rad. Zweites Rad von links. Zweimal rechts. Drittes Rad. Einmal rechts. Einmal rechts. Und führt das Rad. Zweimal links. Führt das Rad zweimal links. Hoffentlich stimmt das. Nee. Dann habe ich das wieder falsch. Viermal links. Nochmal. Das vierte Rad irgendwie. Warte. Nochmal. Nee. Nochmal. Nochmal. Jetzt müsste es stimmen, oder? Komm, das stimmt doch. Das muss noch nach vorne. Oh, das ist das dritte. Nee. Falsch. Falsch. Wieder zurück. Das müsste schon stimmen. Warte. Das vordere. Habe ich falsch. Nee. Dann haben wir es ganz falsch. Oh, bitte. Jetzt bin ich am Arsch. Nee. Warte. Oh, komm. Jetzt habe ich es ganz falsch. Na, los. Nee. Oh, komm. Oh, das war ich nicht mehr. Ich bin mir das noch mal. Jetzt müsste es doch gehen. Bin ich blöd. Der Pfeil in der Mitte muss nach vorne zeigen, oder? Ach du Schande. Wie geht denn das? Oh, komm. Jetzt habe ich das verpoppt. Nee, falsch. Nee. Er muss nach vorne zeigen. Oder? Wieso treten wir immer falsch? Ich mag nicht mehr. Geht's nicht. Der dreht im... Der kann gar nicht anders. Jetzt mag ich nicht mehr. Mag ich nicht mehr. Der kann gar nicht mehr. Ach, komm. Mag ich nicht mehr. Habe ich jetzt was wirklich falsch gemacht? Nein, nein. Das ist nicht. Kann nicht mehr. Der dreht gar nicht mehr. Ah, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt bin ich am Arsch. Freunde. Jetzt können wir aufhören. Jetzt habe ich es verbockt. Kann man das nicht auf null setzen? Auf null setzen. Irgendwas habe ich jetzt verbockt. Gut, ich schalte mal aus und mache das. Und dann sehen wir weiter. Tschüss, bis gleich.